Hallo zusammen, Matthias hier. Herzlich willkommen in diesem Video, in dem ich mal drüber sprechen möchte, wie man Videos im Hochformat aufnimmt. Und ja, im ersten Moment denkt man, filme ich doch einfach so, aber es gibt ein paar Besonderheiten. Und grundsätzlich, ja, ich weiß, ich habe mich vor Jahren auch mega dagegen gewehrt. Jeder Idiot filmt gefühlt mit seinem Handy falschrum und im Querformat wird es deutlich besser aussehen. Wir sind mittlerweile aber in einer Zeit, wo man durch Reels, durch TikTok, durch Instagram-Stories, durch ich habe keine Ahnung, was noch alles eben auf das Hochformat-Display passt, ja, in dem Moment halt einfach fast schon genötigt werden. Es ist auch ein geiles Format. Man kann damit sehr, sehr viel machen. Und ich mache ja auch regelmäßig Tutorials, in denen man, ja, in 60 Sekunden nur im Hochformat was sieht. Wie produziere ich die jetzt? Ich habe dazu ein paar Fragen bekommen. Wie produziere ich die jetzt? Ich habe dazu ein paar Fragen bekommen und deswegen gehen wir so ein kleines bisschen ins Detail und ich habe natürlich auch jede Menge Tipps für euch. Es ist nämlich mehr als einfach nur die Kamera rumdrehen, auch wenn das natürlich dazugehört. Gut, zuerst einmal, das ganz Wichtige an der Sache ist eigentlich, dass man tatsächlich die Kamera rumdreht. Weil viele denken jetzt, wir schneiden das Video einfach zu und dann passt die ganze Sache schon. Aber erstens mal, du verlierst Auflösung, was bei einem 4K-Video jetzt nicht ganz so relevant ist, wenn wir sowieso erst in HD dann auf Instagram oder keine Ahnung wo hochladen. Geht eigentlich. Das größere Problem ist, du kannst nicht wirklich kontrollieren, was auf dem Bild ist. Du hast keine wirkliche, manche Kameras können das einstellen, ja, aber du hast keine wirklich so 100% Kontrolle darüber, ob das jetzt angeschnitten ist oder nicht. Du hast eben nicht das Live-Foto von dem, was du filmst. Und dann kann es dann so passieren, keine Ahnung, ich will hier drüben irgendwas zeigen, das hier meine Kamera liegt. In einem Hochformat-Video wäre das allerdings nicht auf dem Bild drauf. Und dann kann man zwar hin und her schneiden, aber es ist ein kleines bisschen schwierig. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ihr solltet auch im Hochformat filmen. Macht es einfach, es löst mehr Probleme, also als man glaubt. Genau. Okay, dann zweiter wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt meine Kamera im Hochformat habe und damit auch filme, muss ich deutlich näher ran. Weil der Platz hier drüben, den ich jetzt hier habe, dieser massige Platz, der wird natürlich verschwinden und wäre dann oben und unten. Und den muss ich halt irgendwie ausgleichen, indem ich näher rangehe. Deswegen empfehle ich, ein kleines bisschen mehr in Tele-Brennweite zu gehen. Also nicht zu weitwinklig zu gehen, weil dann passiert es sehr schnell, dass man so aussieht, als würde man sich mit einem Handy filmen. Das ist auch das Problem, warum man so eine riesen Stirn hat auf Smartphone-Videos oder so eine riesen Nase auf Smartphone-Videos. Aber ich zeige es euch einfach mal, weil die ist gerade auf 15mm gestellt. Und wenn ich jetzt damit ein Video mache, bin ich überhaupt drauf. Ja, ich bin drauf. Aber es sieht halt einfach nur grauenhaft aus. Ich bin viel zu nah, ich bin viel zu aufgequollen, es sieht voll komisch aus. Das wäre deutlich besser mit einer 50er-Brennweite, mit einer, ich weiß nicht, 35er geht im Endeffekt auch noch. Beziehungsweise noch weiter in den Tele-Bereich unter der Voraussetzung, dass es eben geht. Dass man den Platz dazu hat. Ich weiß, ich habe ihn nicht. Ich kann da mit einem 50er arbeiten, ein 85er sorgt schon dafür, dass ich es, keine Ahnung, raus auf den Balkon stellen muss oder so. Das wird ein bisschen schwierig. Genau, das soweit mal zu diesem Grundsatz. Jetzt Thema Stativ. Wenn es Tutorials sein sollen, wie ich das in dem Moment mache, ist das Prinzip relativ easy. Die meisten Kamerastative haben entweder Kugelköpfe. Mein Kugelkopf steht jetzt blöderweise da hinten, da ist die andere Kamera drauf, die mich gerade filmt. Oder sie haben halt ganz einfach solche Schwenkköpfe. Drei Wegeköpfe ist in dem Moment egal. Die meisten Fotostative haben die Möglichkeit, die Kamera ins Hochformat zu drehen. Und das macht es total easy, sie irgendwo hinzustellen und zu sagen, hey, komm, wir... Ich habe die Stativschraube nicht festgedreht. Wir drehen hier jetzt einfach mal so ein Video. Machbar. Geht es jetzt darum, nicht sich selber zu filmen, wie das hier in dem Tutorial-Style ist, sondern darum, tatsächlich andere Menschen zu filmen, muss man ganz extrem drauf achten, dass es ins Bild passt. Das klingt jetzt so easy, so nach dem Motto, hey, ich gucke, da ich nirgendwo was abschneide und dann passt die Sache schon. Es geht noch weiter. Das, was man im Querformat als dreidimensionale Elemente wunderbar in die Videos integrieren kann, jetzt keine Ahnung, dass mein Monitor hier vorsteht, um dreidimensionalen Raum reinzubekommen. Oder dass ich hier irgendwie, keine Ahnung, einen Hintergrund habe, damit es dreidimensionaler wirkt, dieses Video. Das habe ich im Hochformat nicht. Also ich kann es im Hochformat auch reinbauen. Das Problem an der Sache ist halt, es ist viel gequetschter. Ja, ich habe auch hier ein Mikrofon vor mir stehen. Das reicht jetzt aus meiner Sicht nicht. Aber wenn ich jetzt mit aller Gewalt den Monitor, Moment, so für den Zuschnitt, im Hochformat mit reinbringen wollte, erstens mal fühle ich mich gerade so ein bisschen beengt, weil er hier direkt vorne ist. Zweitens, ja, es sieht irgendwie komisch aus. Das heißt, Hochformat ist zum Filmen tatsächlich deutlich anspruchsvoller, als man denkt. Und ich will jetzt auch tatsächlich gar nicht so krass in die Tiefe gehen, weil es ja eher jetzt mal auf einen technischen Aspekt abzielt. Da war vielleicht mal bei Gelegenheit noch ein anderes Video. Jetzt, ganz ehrlich, wir haben es geschafft. Ich erkläre jetzt auch nicht, wie man Ton aufnimmt. Ich erkläre jetzt auch nicht, wie man Licht setzt. Da habe ich andere Videos zu. Es geht jetzt eigentlich nur darum, das Hochformat-Thema anzusprechen. Okay, wir gehen jetzt mal von aus, wir haben unsere Videos alle gedreht. Wir haben sie gefilmt, es passt bildgestaltungstechnisch oder sonst irgendwas. Wir haben jetzt noch eine technische Hürde. Und zwar, wie schaffen wir es, diese Videos zu bearbeiten? Prinzipiell haben wir immer noch das Problem, zumindest mal in DaVinci ist es so. Ich weiß nicht genau, wie es in Premiere aussieht. Wahrscheinlich wird sie es ähnlich verhalten. Wenn wir das Video hier einfach reinziehen, so, ja, das ist jetzt nicht gerade eine geile Grundlage, um das hochzuladen und zu exportieren. Wir müssen es drehen. Aber wir gehen jetzt mal hier in die Project Settings und ändern unsere Auflösung. Wir haben hier leider keine Vorlage, wo man draufklicken kann. Irgendwie ist das nicht vorgesehen dafür. Aber egal, wir können das hier einmal switchen. Und zwar in 1080 mal 1920. Das ist die Auflösung, wie alle Reels, TikToks, whatever Hochformat-Videos normalerweise auf den Social-Media-Plattformen laufen. Wenn man da andere Auflösungen haben will, kann man auch andere einstellen. Das ist die, mit der ich arbeite. Und, ja, einmal speichern. Und theoretisch ist das Video jetzt schon mal im richtigen Ausgabeformat. Aber wir müssen es natürlich noch drehen. Und ich weiß nie, ob ich hier 90 oder minus 90 eingeben soll. 90 reicht. Und die Transformation hier gerade noch. Komm schon. So, so weit nach oben. Ich gebe hier normalerweise irgendwie so ein bisschen 1,83 ein. Dann ist man normalerweise in der richtigen Liga. Wenn jetzt das gleiche Problem ist wie bei mir hier, dass ich eben nicht richtig ausgewählt habe, was denn genau in dem Moment angezeigt werden soll. Das ist nicht so 100% mittig. Ich hätte es aber gerne mittig. Können wir noch so einen Ticken reinzoomen und einfach weiter nach rechts. So, passt. Mittig. Ich habe es nicht mittig gefilmt, aber das weiß keiner. Okay. Wenn wir jetzt Einblendungen mit reinbringen möchten oder interessante Objekte an irgendeiner Stelle im Bild platzieren wollen, müssen wir einen wichtigen Punkt in dem Moment beachten. Weil es ist nicht alles machbar. Wenn ich jetzt hierher gehe, ich habe das ja aus den letzten Videos, die ich da als Reels benutzt habe, habe ich so dieses Screenshots von den letzten Kommentaren mit reingenommen, die ich in dem Moment beantwortet habe. Ist zwar ganz cool, aber wir müssen ein kleines bisschen aufpassen. Erst einmal zuschneiden. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt einfach mal den da. So. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Video zum richtigen Kommentar ist. Ist im Endeffekt auch egal. Es hat einen Grund, warum der so weit oben ist. Denn TikTok und auch Instagram zum Beispiel haben hier unten diese Texteinblendungen und von wem es ist und was für Hashtags und ich weiß nicht was genau, welches, wie viele Likes und welches das nächste Video ist oder sowas in der Art. Und tatsächlich auch hier auf der rechten Seite. Bei TikTok ist es ja hier auf der rechten Seite, dass man das genau da hat. Und wenn es überlagert, ist es ein kleines bisschen blöd. Auch hier oben, also gerade Einblendungen sind immer so ein kleines bisschen schwierig. Bei den Querformat-Videos kann ich Einblendungen einfach hier nebendran machen oder da nebendran. Ich weiß nicht, ob ich hier genug Platz habe. Aber bei Hochformat funktioniert das nicht ganz so gut. Es ist entweder hier unten drunter direkt vor mir oder was ich auch schon in Videos gemacht habe, wo ich wusste, es sind sehr viele Texte. Einblendungen, dass man entweder cuttet, dass man sagt, hey, ich mache halt so eine Bild-in-Bild-Geschichte, hier oben habe ich dann plötzlich Platz. Oder, dass ich das Video von vornherein so filme. Ich gehe einfach her und filme das Video von der Bildgestaltung her so, dass oben halt viel Platz ist, weil ich weiß, ich möchte sehr, sehr viel einblenden. Ist jetzt, wie gesagt, immer so ein kleines bisschen die Frage, wofür benutze ich es, was will ich zeigen, was will ich machen. Wenn ich gar nichts einblenden will, brauche ich da im Endeffekt auch nicht drauf zu achten. Aber bitte behalte das im Hinterkopf. Ich habe am Anfang sehr viel Zeug eingeblendet, was man im Endeffekt nicht lesen konnte, weil irgendwas drüber überlagert wurde und man hat Pech. Und was mir auch aufgefallen ist, guckt so ein kleines bisschen, dass der Rand etwas Abstand hat. Also, dass man jetzt nicht hergeht und sagt, hey, ich will das hier einblenden und dann mache ich das irgendwie so von rechts und links oder sowas in der Art. Beziehungsweise, das war jetzt die extrem übertriebene Variante, wir machen mal sowas. Weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass manche Social-Media-Plattformen das zuschneiden, beziehungsweise auch zugeschnitten darstellen. Weil nicht jedes Handy-Display ist in dem Moment das gleiche. Nicht jedes hat 16 zu 9, exakt 16 zu 9. Und deswegen werden die manchmal ein bisschen gestretched, einfach um die Darstellung anzupassen, damit es eben im Vollbild läuft. Und da muss man so ein kleines bisschen entgegenwirken, das heißt, es ist nicht schlimm, wenn man so ein etwas kleiner macht. Hier sowas in der Art, das sollte abstandstechnisch reichen. Aber bitte bedenkt, der Kommentar ist ein schlechtes Beispiel. Es ist ein Handy-Display, nicht jeder kann da hunderte Wörter an Text plötzlich lesen und auch in der Geschwindigkeit nicht lesen. Also, muss man so ein kleines bisschen schauen. Gut, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Punkt und das ist der Export. Denn im Export muss man auch noch ein kleines bisschen was beachten. Deswegen, zuerst einmal MP4, H.264, definitiv wichtig, weil anders kann es normalerweise nicht verarbeitet werden. Manche können dann auch eher, ich weiß nicht, MOV-Dateien oder sowas in der Richtung nehmen. Ich nehme immer MP4, bin ich auf der sicheren Seite, das geht normalerweise immer. Und die Bitrate, also erstmal Auflösung HD, auch wenn ihr in 4K gefilmt habt und wenn ihr in 8K gefilmt habt, ist komplett egal. Bitte exportiert in HD, weil die Netzwerke gehen sowieso her und rendern es auf HD runter. Bringt euch keinen großen Vorteil. Bei der Bitrate, ich habe schon mehrere Sachen ausprobiert. Ich habe schon viel getestet und ich habe festgestellt, 8000 Kilo-Bit funktioniert am besten. Viel weiter runter würde ich nicht gehen. Es geht halt einfach darum, es ist das gleiche wie bei den Bildern, das gleiche, wenn ich Bilder auf Social Media poste, dass es problematisch ist, wenn in dem Moment zu viel Daten vorhanden sind oder auch zu wenig. Zu wenig sowieso. Aber wenn ich jetzt hergehe und das wie für YouTube in 100.000 Kilo-Bit rausrende, also 100 M-Bit rausrende, habe ich zwar sehr viel Qualität in dem Video und vielleicht auch ein bisschen zu viel. YouTube kommt damit zurecht, TikTok nicht. TikTok geht dann her und sagt entweder, hey, dein Video ist viel zu groß. Ich kann es gar nicht hochladen oder es wird halt runtergerechnet ohne Ende und dann sieht es meistens aus als, ich weiß nicht, wer gerade das Internet weg wäre und man Netflix schaut. Und das wollen wir eher vermeiden. Deswegen, das sind meine Settings, mit denen ich bisher ganz gut gefahren bin. Ich mache auch hier den Multipass-Encode, das heißt, er geht zweimal über das Video drüber, ist normalerweise für kleineren Speicher und bessere Qualität. Nur um mal so einen ganz groben Überblick zu diesem Thema zu geben. Alright, das war es im Endeffekt, wie ich meine Instagram, TikTok, Reel, was auch immer Videos, wie Hochformat-Videos in dem Moment produziere. Zuschneiden ist tatsächlich auch machbar, ist tatsächlich auch gar nicht so aufwendig, kann man ebenfalls verwenden. Nutze ich gerne mal bei Projekten, wo man ein normales 16 zu 9 Video hat und der Kunde halt sagt, hey, können wir das auch irgendwie in Reel-Form reinbringen. Geht, wenn auch mit Aufwand verbunden, beziehungsweise auch teilweise gar nicht möglich. Premiere hat da tatsächlich eine echt geile Funktion mit dem Auto-Reframe. Ich habe damit schon ein kleines bisschen experimentiert und habe festgestellt, das funktioniert nicht so geil, wie man in dem Moment denkt. Und meistens macht man es manuell deutlich besser. Gerade wenn es sowas ist, da einer fährt von rechts nach links durchs Bild oder sowas in der Art und das muss jetzt getrackt werden, ist das manchmal ruckelig oder es geht erst mit der Geschwindigkeit mit und dann plötzlich nach vorne oder nach hinten. Also es kann schon ein paar Probleme mit sich bringen, deswegen vorsichtig sein. Wäre allerdings eine Möglichkeit, gibt es manche Tools, also je nachdem, was für ein Video kannst du hergehen, kannst du es über ein komplettes Video einfach drüber laufen lassen. Der analysiert eine halbe Stunde oder sowas oder zehn Minuten, je nachdem, wie schnell der Rechner ist und ja, plötzlich ist das Video einfach so zugeschnitten, dass du immer das Motiv im Bild hast und es eigentlich passen sollte. In der Theorie, in der Praxis habe ich gemerkt, es funktioniert noch nicht ganz so gut. Aber gut, was wir halt alles mit KI machen oder auch nicht machen können. Vollkommen egal. Das war jetzt so mal meine Herangehensweise an diese ganze Geschichte. Also wenn ihr so ein kleines bisschen mehr mit den Hochformat-Videos experimentieren möchtet, solltet ihr jetzt so mal die Begebenheiten wissen. Zumindest mal, wenn man mit den anderen Videos schon ein bisschen gearbeitet hat. Ansonsten, ihr findet jede Menge zum Thema Filmen, ihr findet jede Menge zum Thema DaVinci Resolve und auch Premiere zum Teil nicht ganz so viel. Ich arbeite damit nicht auf diesem YouTube-Kanal beziehungsweise auch auf meiner Webseite. Da habe ich nämlich für jedes, für beide Geschichten einen Kurs, einen zum Thema Filmen und auch mit jeder Kamera. Braucht nicht jeder eine R6. Ich habe tatsächlich einen großen Teil mit dem Smartphone gefilmt und ja, zum Thema DaVinci selbstverständlich auch. Weil Videobearbeitung gehört zum Filmen genauso dazu wie Bildbearbeitung zur Fotografie. Dementsprechend lohnt sich's und DaVinci kostet nix. Also checkt's mal aus und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020